Wie hat Ihnen der High Metal Workshop hier gefallen? Das war gut. Es war toll, dass ein Austausch zwischen allen Protagonisten der verschiedenen Bereiche möglich war. Und es war tatsächlich möglich. Und was nehmen Sie mit, wenn Sie jetzt wieder zurück in Ihren Heimatort, in den Verband gehen? Es wäre schön, wenn die Offenheit, die hier geherrscht hat und dieser Schwung, der sich zum Schluss rauskristallisierte, auch tatsächlich in der Umsetzung stattfinden würde und nicht alles wieder nur in Leitplanken verschwinden würde. Wer war der Lieblingsgesprächspartner heute? Ich hatte keinen. Es waren viele. Waren genug Frauen hier? Nein. Okay, also der Wunsch beim nächsten Mal? Mehr Frauen dabei. Ich meine, wir sind Frauenberufe und es ist schon erstaunlich gewesen, dass so viele Männer hier waren. Okay, also nächste Veranstaltung und dann mit mehr Frauen oder nicht wieder machen? Wieder machen und gerne mit mehr Frauen. Okay, also der Wunsch beim nächsten Mal.